Hallo, guten Abend, liebe Gäste, liebe Jazzliebhaber, freut uns sehr, dass Sie alle da sind und auch unsere Zuschauer herzlich willkommen und schön, dass Sie alle da sind. Sie sind willkommen auch ein virtuelles Ticket zu kaufen für heute Abend, das wäre toll. Heute Abend bei uns zu Gast ein unglaublich talentierter junger Mann, der hat mit drei schon bereits angefangen, Klavier zu spielen, mit 20 hat er seine erste Platte rausgebracht, jetzt mit 30 ist er zum ersten Mal im Jazzclub Unterfahrt und freut sich schon auf dieser neuen Bühne für Sie zu spielen. Das erste Set hat uns total umgehauen, das zweite wird bestimmt noch besser jetzt live. Ja, mir bleibt nichts anderes übrig zu sagen als herzlich willkommen, welcome on stage. Er spielt jetzt aber zuerst ein Solo, hat er mir zumindest gerade gesagt. Aber seine Kollegen sind Kyle Poole am Schlagzeug. Applaus, Applaus. Dann jemand, jemand anders als geplant war, aber ein fantastischer Musiker am Bass, Yasushi Nakamura. Und welcome the fantastic Emmett Cohen. Viel Spaß Ihnen auch. Applaus 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 Musik 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 Thank you very much. Please welcome to the stage, Frankie Kyle Poole. The great Yasushi Nakamura on the bass. Thank you very much. 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 Thank you. 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 Thank you.